Hallo zusammen, Alizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Zerbrochen auf Armwalf, die ist einfach abzugeben, bei Gera Flammenzunge in Heilsturz an dieser Stelle. Allerdings erst wenn ihr diese Seite habt, Zerbrochen auf Armwalf. Falls ihr euch fragt, wie komme ich an dieser Seite, kann ich es euch sagen, ihr müsst die Quest verlorene Zeit abschliessen. Ist die Endquest oder fast Endquest von einer Questreihe und die startet mit Endquest, Startband Säuberung und brennende Eier. Das ganze in Heilsturz an dieser Stelle. Der NPC steht ziemlich nah an den Klippen. Ich glaube das Fragezeichen wird auch angezeigt auf der Map. Questen, alle Quests machen von dem NPC, bekommt ihr diese drei Items, bzw. dieses Item plus zusätzliche Items, wo ich die Quest schon abgegeben habe und könnt dann die Quest abschliessen. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch Kanal, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.